Jo Leute, willkommen zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video, wir schauen heute gemeinsam wieder mal was in den Shop einkommen wird und ich habe den Shop gerade leider schon um circa eine Minute verpasst, aber es ist wirklich was sehr seltenes zurück. Ich zeige es direkt mal, Itemshop und wir sehen, die Weihnachts-Skins hier sind zurück. Einmal hier die Glühwein-Agentin, ein sehr nicer Skin, habe ich in letzter Zeit auch wieder angefangen zu spielen und ich kann eigentlich auch noch jeden empfehlen, ist wirklich sehr nice. Heute zurück nach 323 Tagen, also schon fast ein Jahr her, wirklich mega nice. Es gibt auch hier den männlichen, den Jules Arranger, auch der ist nochmal zurück nach 323 Tagen. Der männliche Skin hier, auch mega nice, ich kann beide Skins wirklich nur empfehlen. Sind auf jeden Fall richtig coole Weihnachts-Skins. Direkt daneben gibt es nochmal ein weiteres Set und zwar einmal das Set mit dem Velocity-Skin, der ist auch nochmal hier zurück. Genauso wie hier der Raptor-Skin, der männliche davon, den gibt es ja auch in mehreren Stilen. Hier Schimmer, sehr sehr nice und dazu gab es einmal hier die Hacke Partylöwe. Und noch hier der Gleiter-Sturmbomber ist ebenfalls zurück. Das sind auch schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände, wirklich sehr nice heute. Und auf jeden Fall könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf den Stütze ein Quader klicken und hier den Code Detour eingeben. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Dann machen wir uns direkt weiter hier mit den täglichen Gegenständen. Ganz vorne ist einmal hier die Zündkerzen-Künstlerin zurück, der Skin aus Dark Junction, damals aus dem alten Fortnite so gesehen. Sehr sehr nice. Darunter gibt es den Kommandos-Skin nochmal, der ist wirklich sehr sehr oft im Shop, nichts Besonderes. Dann gibt es hier einmal noch den Baum-Spalter, auch die Hacke ist nochmal zurück. Ist zurück nach ca. einem Monat. Darunter gibt es hier die Zuckerstangen-Lackierung. Die ist zurück nach 325 Tagen, auch die zeige ich mal direkt, man merkt ja hier so eine weitere Weihnachtslackierung. Sehr sehr nice, gefällt mir, auch die ist heute nochmal zurück. Dann gibt es hier noch einmal das Emote, seht her. Ja, auch ca. nach einem Monat zurück und an letzter Stelle gibt es nochmal Showstopper. Ja, ebenfalls nach einem Monat zurück, sehr nice Shop heute, sehr seltene Gegenstände auf jeden Fall hier, gefällt mir und auf jeden Fall war es das hier schon mit dem Shop.